Meine Vision von Innsbruck beruht auf dem Konzept der qualitätsvollen Verdichtung. Damit lassen wir Innsbruck atmen, schaffen Raum und Platz für Menschen, bauen leistbare Wohnungen, zum Beispiel am Sandwirt, wo Wohnraum für 500 junge Menschen entsteht. Acht ähnliche Projekte sind in den nächsten sechs Jahren geplant mit leistbarem Wohnraum für 5000 Menschen. Das ist erst unser Anfang. Wir bauen an einer Stadt nicht für Spekulanten, sondern für Menschen.